Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Dank ist einscheinend, herzlich willkommen. Wenn neu ist, direkt bam, 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 Abo dalassen, Glocke aktivieren und nochmal kontrollieren, ob das Abo auch noch aktiv ist. Dementsprechend, wir legen direkt los. Ist eine Schlagzeile, die am Wochenende eigentlich hier häufiger präsent war und ist aber trotz dessen immer noch aktuell. Weil ich hatte ja auch darüber berichtet, es gab ja diesen Mika-Act bei der EU und sie haben ja darüber abgestimmt und dann zuerst mal nicht und dann doch und dann hin und her und so weiter und so fort. Und man weiß nur nicht so ganz genau, was jetzt auf uns zukommt und alles. Und jetzt heißt es nämlich, jetzt hier wird es wahrscheinlich, wir kennen das, nur noch schlimmer. Und dann heißt es hier bei dem Cointelegraph Bitcoin, BTC, im Fadenkreuz der EU. Neben Mining sollte auch Handel verboten werden, heißt es hier. Es sind Dokumente aufgetaucht, in denen die Diskussion in der EU protokolliert wird. In diesen war neben dem Verbot von Mining, das ist ja das, was ich gerade eben angesprochen hatte und wo wir darüber diskutiert haben, auch von einem vollständigen Verbot des Handels mit Bitcoin die Rede. Und das ist wirklich eine ganz heftige Nummer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir merken, dass der EU das Thema Bitcoin ein ganz, ganz großer Dorn im Auge ist. Es wird natürlich, wir kennen die Leier mittlerweile, Stromfässer und Klimakiller. EU strickt weiter, ein Bitcoin-Verbot natürlich weiterhin auf die Kerbe geschlagen. Das ist alles nur wegen des Klimas. Klima ist das Wichtigste und alles andere muss sich dem zurückstellen. Und was da auch für fadenscheinige Theorien und Erzählungen existieren, von wegen so und so viele Länder gemeinsam verbrauchen nicht so viel oder stoßen nicht so viel CO2 aus, wie der Bitcoin bei der Stromentwicklung. Und das haut hinten und vorne alles nicht hin. Das ist absoluter Bullshit, was da erzählt wird. Natürlich ist da ein Ressourcenaufwand in Form von Strom, also ein Energieaufwand beim Bitcoin vorhanden. Das will ich nicht runterreden, keine Frage. Und nebenbei, wer jetzt in die Kommentare schreibt, wenn der Strom ausfällt, ist Bitcoin vorbei, der hat gar nichts verstanden. Und ich gehe diese Diskussion echt nicht mehr ein. Das habe ich jetzt über das letzte Jahr so oft gemacht. Ihr wisst, dass die, die schon etwas länger hier sind, das brauche ich nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Auch finde ich das schade, sorry, wenn ich gerade abweiche, wenn ich dann hingehe und die ein oder andere Sammlermünze oder auch ähnliche andere Sachanlagen oder Ähnliches Empfehlung, mir wird dann unterstellt, ja, jetzt willst du hier nur Kohle mit abgreifen und sonst was. Leute, nein, ich versuche nur aufzuwecken und ich versuche Hinweise zu geben. Oder anders, ich gebe euch Hinweise darauf, was ich für Tendenzen sehe. Was ihr daraus macht, so what? Jedem selbst überlassen. Ganz einfach, ich will gar nicht, dass ihr das macht, was ich sage. Das ist ja, was ich schon seit Jahren hier sage, aber egal, wir sind ja hier noch beim Thema. Also, von dem aus, das geht jetzt raus an die ganzen Leute, die gerne nach Schweden auswandern würden. Schweden wäre ich mal ganz vorsichtig, weil wir wissen ja da mit digitalem Geld und alles, sie sind ja auch schon relativ weit damit, was man aber gar nicht so auf dem Schirm hat. Und denen gefällt nämlich der Bitcoin auch nicht. Heißt es nämlich, vor allem schwedische Behörden machen sich bei der EU-Kommission für ein verschwindendes, stromhungrigen Bitcoin stark. Die Bundesregierung ist beteiligt, ja natürlich unsere geliebte Ampel, die sich eigentlich gar nicht negativ zum Thema Bitcoin und so weiter ausgesprochen hatte in ihrem Koalitionsvertrag. Komischerweise wollen sie jetzt so was hier, ja ist doch in Ordnung, kann man doch drüber machen. Leute, kannst du dir nicht mehr ausdenken, wie wir hier belogen und betrogen werden? Sorry, aber anders komme ich mir hier nicht mehr vor. Der Vollständigkeit halber, es sind keine Verschwörungstheorien oder ähnliches, weil das geliebte Schweden, das ich jetzt hier böse angesprochen habe, ist für mich definitiv kein auswanderungsfähiges Ausland so und dementsprechend guckt es euch an. Einfach mal Schweden, digitale Währung und dann den News-Bereich hier gefiltert suchen. Japan orientiert sich beim digitalen Yen an Schweden oder hier digitale Währung. Schweden verlängert sein Pilotprojekt e-Krone oder auch im Sommer letzten Jahres. Schweden führt als erstes Land eine staatliche digitale Währung ein, würde ich mal schätzen, heißt der Titel weiter. Ja, staatliche Kryptowährung ein. Leute, Augen aufmachen, aufpassen, was hier passiert. Immer cui bono, wem nutzt es. An den Artikel von gestern aus dem Video, wenn sich einige erinnern, Volksbank Bayern Mitte ermöglicht Kauf und Verwahrung von Bitcoin, also wirklich Vorreitermäßig. Hier, so eine kleinere Volksbank, Raiffeisen aus Bayern. Und die haben das Ganze jetzt ja, habe ich so berichtet, mit der VR Bitcoin Go-Kart gemacht über ein Cold Wallet. Hm, ich bin da ein bisschen skeptisch hier, wenn jetzt hier gesagt wird, die Bank garantiert hierbei, dass der Kunde als einziger mit Private Key verfügt. Können wir nicht richtig beurteilen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde das Ganze ein bisschen anders nutzen oder überhaupt nicht nutzen, ehrlich gesagt. Egal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für die Krypto-Adaption, Bitcoin im Speziellen, die Bitcoin-Adaption in Deutschland, doch ein ganz guter Weg dahin ist. Und, ja, dem einen oder anderen aus dem Mainstream einfach die Möglichkeit deutlich erleichtert. So, und dann haben wir jetzt hier noch diesen Artikel, den ich rausgesucht habe. Verwahrlizenz beantragt. Commerzbank drängt ins Kryptogeschäft. Also nächste Bank, neben Sparkasse, wie sie alle heißen hier in Deutschland, die sagen, jo, das ist eine interessante Möglichkeit, unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Wie auch immer wir das umsetzen, das bewerte ich ja jetzt erstmal nicht, sondern es geht allein darum, erstmal die Leute in den Markt reinzubekommen. So, und dann heißt es nämlich hier, Digitalisierung und Kundenschwund. Och, man merkt auf einmal, dass das alte Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht. Die Bankenwelt steht vor einem drastischen Wandel. Mit einer Krypto-Verwahrlizenz will sich die angeschlagene Commerzbank neu am Wachstumsmarkt aufstellen. Und das ist sinnvoll. Ganz klar, Commerzbank hat auf jeden Fall einiges zu tun in den nächsten Jahren, wenn sie dranbleiben will, wenn sie nicht komplett pleite gehen möchte. Wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde, sodass das funktionieren kann, wenn man das natürlich über eine sinnvolle Möglichkeit ermöglicht den Kunden. Beim Bitcoin und vielleicht auch zwei, drei anderen Kryptowährungen. Ganz toll fände ich da zum Beispiel ETH, also Ethereum, wenn das ermöglicht würde, dass die Leute dort dran etwas kaufen könnten. Ja, Freunde, dann haben wir so ein bisschen Bitcoin-Gossip, könnte man es nennen hier an der Stelle. Passt mal auf, BTC Esche schreibt, Bitcoin-Deal mal anders. Silk Road-Gründer begleicht ausstehende Schulden mit Bitcoin. Der vermeintliche Silk Road-Gründer Ross Ulbricht nutzt Bitcoin-Bestände aus Drohung-Deals, um offene Schulden bei der US-Regierung zu begleichen. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken hier. Seit Ablehnung seines Revisionsverfahrens war es ruhig geworden um den mutmaßlichen Gründer. Hier, Darknet-Plattform Silk Road sollte jedem eigentlich ein Begriff sein, wenn nicht einfach mal ein bisschen googeln da in der Richtung. Ich glaube, da wurde doch bei Netflix auch mal was, eine Doku so da drüber gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Gerichtsunterlagen belegen nun, Ross Ulbricht nutzt seine illegal erwirtschaften 69.370 Bitcoin mit einem Gegenwert von knapp 3 Milliarden US-Dollar, um offene Schulden gegenüber staatlichen US-Behörden zu begleichen. Insgesamt schuldet er nämlich der Regierung hier 183 Millionen, welche durch den Deal mit Ulbricht jetzt zusätzlich zu rund 2,8 Milliarden US-Dollar Gewinn einstreicht. Damit wirkt die USA nun selbst zu einem großen Bitcoin-Besitzer. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt an dieser Sache. Bitcoin hält jetzt auch die US-Regierung, die USA, wer auch immer ganz genau das jetzt macht, irgendeine Behörde. Das ist natürlich interessant. Und warum sollte man jetzt hingehen Verbot aussprechen? Da kann man jetzt viel, viel reininterpretieren. Ich bin ja der Überzeugung, das habe ich auch vor Monaten schon mal in einem Video gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass verschiedene Regierungen, nicht nur die US-Regierung, auch andere, vielleicht auch hier in der EU, speziell auch vielleicht Deutschland, dass hier schon selber gemeint wird von verschiedenen staatlichen Behörden und vielleicht auch die eine oder andere Bitcoin-Investition schon stattgefunden hat. Das kann man nicht beweisen, das wissen wir nicht, bis wir es irgendwie gesagt bekommen oder anderweitig bewiesen bekommen. Aber ich glaube das. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Ja, last but not least, finde ich das hier noch ganz interessant, mal ein bisschen über Wallets zu sprechen. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wenn ich generell so ein GANS-Video machen soll über Hot Wallet, Cold Wallet und so weiter. Weil man muss sich natürlich schützen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so aufgezogen, wo man seine Bitcoin verwahrt. Das ist entweder auf der Börse. Das ist natürlich super, super gefährlich, weil die Börse das ein oder andere Mal gehackt werden kann. Gab es schon bei zahlreichen. Dementsprechend sollte man meiner Meinung nach davon großen Abstand nehmen. So, als nächste Möglichkeit hat man dann natürlich ein, fangen wir mal beim Cold Wallet an, sprich ein Hardware Wallet. Das heißt, man speichert es offline, in ganz großen Anführungsstrichen geschrieben. Aber es ist nicht mehr so einfach oder so schnell möglich, so ist es richtig gesagt, das ist so ein Nachteil von einem Cold Wallet, dass man die Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen so schnell irgendwie transferiert auf eine andere Adresse. Wenn man das aber nicht möchte, weil man ein Hodler ist, dann ist das eine sichere Möglichkeit. Gar keine Frage. Dann kann man das natürlich machen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das ist die dritte. Das ist ein Warm Wallet, ein Hot Wallet, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Und das kann beispielsweise hier zum Beispiel so eine Paper Wallet sein. Und die finde ich persönlich ganz interessant, finde ich gar nicht mal so schlecht. Da hat man nämlich hier die Möglichkeit, sich die selber auszudrucken mit dem Private Key und ja, das Ganze dann auch mit dem QR-Code zu versehen. Man muss natürlich aufpassen, und das ist hier ganz gut in dem BTC Echo Artikel geschrieben, dass man das Papier kann natürlich verbrennen, es könnte nass werden, feucht werden, sodass es nicht mehr lesbar ist oder sonst was damit passiert. Umwelteinflüsse einfach. Dementsprechend hier laminieren sollte man das auf jeden Fall. sollte sicher, diebstahl und feuergeschützt untergebracht werden. Sie schreiben jetzt hier in einem Wallet oder in einem Safe. Da muss der Safe natürlich aber auch feuerfest sein. Das sind, weiß Gott, nicht alle Safes. Oder alternativ kann das Ganze natürlich hier auch Kopie der Paper Wallet an einem sicheren Ort oder Vertrauensproduktion untergebracht werden. Muss man natürlich wirklich sehr, sehr großes Vertrauen haben. Es gibt verschiedene Ernten und Möglichkeiten da. Ich finde es auf jeden Fall alle ziemlich spannend. Und es ist nicht unbedingt die eine die Perfekte. Das muss auch wieder jeder für sich individuell entscheiden. Und das bin ich, der das für euch entscheidet. Denkt dran, das gibt es hier nicht. Ja, dementsprechend Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, mit einem Daumen nach oben signalisieren. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr neu seid. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.